Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Das ist ein Schöpfchenhaus, das ist ein Schöpfchenhaus, das ist ein Schöpfchenhaus. Guck mal, Emma, man kann das durchführen. Oh, wie süß das ist. Ja, kannst du da, aber dahin blieb. Da, wo das Handy ist, wo du denn treten. Okay, Felix. Ja, der kommt zu Pütze und oben. Und man darf da nicht rein. Oh, guck mal her. Wow. Ich freue mich. Sie sehen so völlig aus. Guck mal in den Gesicht. Sind sie aus? Ja. Ich freue mich. Ich freue mich. Ich freue mich. Ich freue mich. Vielen Dank.